moin moin und hallo herzlich willkommen zu einem neuen coolen unboxing video von mir für euch heute am start i i i i lulu also i e i l u l u watthose für herren damen und divers diese watthose ist gut geeignet für angler für menschen die in den teich gehen müssen für menschen die ja durch den teich schreiten müssen etc die watthose selber ist ein kleidungsstück das von verschiedenen berufsgruppen auch feuerwehrleuten fischern bauarbeitern und so weiter dazu verwendet werden in trockener kleidung längere zeit in gewässern zu arbeiten die watthose besteht dabei aus einem teil körperanzug aus pu gedichtetem nylon gewebe pvc folie oder neopren der entweder bis zur hüfte oder bis zur brust des körpers vor wasser schützen kann an den beinen ist die watthose fest wasserdicht und mit stabiler gummistiefeln sollten sie auch ausgestattet werden zu unrecht wird gelingt behauptet dass die watthose sich mit wasser füllen und so den träger unter wasser ziehen könnten dies ist jedoch physikalisch durch schwerkraft überhaupt nicht möglich da das wasser in der watthose keine größere dichte hat als das wasser im gewässer daher kommt es in diesem fall zu keiner zusätzlichen nach unten wirksamen zugkraft das heißt also selbst wenn die watthose mal voll laufen sollte bleibt cool das ist nur unangenehm die watthose ist mit brusttasche und verstellbaren riemen ausgestattet wir haben eine nylon wattstiefel mit am start ist eine anglerhose die ist wasser fest die ist rutschfest und man kann sie auch als matschhose bezeichnen es gibt sie in grün und gibt sie in schwarz wasserdicht und atmungsaktives design wir tauchen so selbstbewusst in die wassersportaktivität ein indem wir diese wasserdichte hose mit integrierten stiefeln tragen können hergestellt aus verstärkten nylon material gewährleistet diese hose wasserdichtigkeit und sie schützt uns vor feuchtigkeit und wind während wir gleichzeitig aber eine atmungsaktivität haben denn oben ist ja offen und daraus kann man dann heraus stinken dann unten ist ja alles wasserdicht ist klar aber es ist normal das heißt also wenn ihr stundenlang in dem ding arbeiten werdet wollt sollt dann wird es schon ein bisschen bisschen wärmer da um der beine herum das ist ganz normal aber das wichtigste ist ja dass wir nicht dann stundenlang im wasser stehen vor allen dingen bei kälteren temperaturen denn mit diesem ding kann man sozusagen einen trockenanzug ersetzen der trockenanzug ist zum beispiel im neopren bereich sehr gerne gesehen das heißt also die 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 möglichkeit dort der belüftung der haut ist gewährleistet es ist also nicht direkt wasserkontakt zur haut dem ist bei so einer watthose genauso gesetzt nur dass wir natürlich jetzt nicht mit dem oberkörper untertauchen sollten ansonsten läuft natürlich das wasser da rein ich bin schon mal mit einer watthose schon mal ja da war es recht kühl bin ich in den teich gegangen wir hatten auch eine eisschicht darauf ich bin also durch die eisschicht dann gebrochen aber das war ja nicht schlimm ich wollte ja ins wasser und dann bin ich ausgerutscht und dann ist natürlich das wasser schön relativ schnell in die watthose reingelaufen und es war echt unangenehm nur wenn ich mir jetzt überlege ich wäre nackelig bei den fünf sechs grad die wir draußen hatten außentemperatur schon in das zwei grad warme wasser gestiegen ohne watthose dann wäre das viel schlimmer gewesen also so eine watthose hat schon hat schon wirklich positive aspekte um dort länger trocken zu bleiben und vor allem komfortabler wir haben nämlich einstellbare schrumpfbänder verstellbaren gummizug am bund wasserdichte reißverschlusstaschen hoch wärme geschweißte naht verstellbare riemen innere tasche haben beim start wasserdichtes nylon gewebe und wir haben eine verdickte gummisole das robuste nylon gummimaterial ist konstruktiv vernünftig gebaut um den tragekomfort im wasser zu erhöhen wir haben viele verstellbaren elastischen träger um es unseren bedürfnissen anzupassen seine vielsehr outdoor nutzung möglich bei diesem gerätele hier perfekt für wasserbezogene affitäten wie angeln im freien teichreinigung wasserdichtes design erhöhte haltbarkeit macht die hose zu verschiedenen umgebungen geeignet und bietet schutz und komfort während unserer abenteuer sie kommt in einer ganz normalen recycelten verpacken zu uns das ist schon mal positive sie ist jetzt nicht ultimativ schwer also wirklich das ist jetzt nicht ein riesen schweres klopperding ich finde sie sogar sehr leicht im bezug auf meine andere watthose die ich schon habe draußen sehen wir auch hier ein muster von einem stoff schon das heißt also hier ist die schwarze am start und ihr seht auch was das hier für ein stoff ist wir haben also hier ein pu material welches dort uns dann nylon mäßig gut am start halten sollte sehr gut das ist ein sehr dünnes material das heißt also die gewicht haben wir hier weniger jetzt haben wir noch so einen schönen bügel den kann man zum einkaufen noch benutzen und schon haben wir die hose daraus gelöst aus dem system also die hose selber hat echt eine gute haptik sie fühlt sich wertig an wir sehen dass sie schön zusammengerollt ist und wenn wir sie aufklappen sehen wir hier sind die stiefeletten am start wir haben also ein ein gummistiefeldesign hier welches aus einem guss gegossen worden ist das heißt also die sohle wurde gegossen dann wurde die sohle mit der watthose verklebt im unteren bereich wasserdicht verklebt abgedichtet und geht dann so auch weiter dass dann die die gummistiefeldesigns dann auf die watthose gestickt worden sind und verklebt worden sind dass es wasserdichtigkeit dort gewährleistet wird auch die besagten stuhe hier sind mit r und l die getitelt das heißt wir haben eine rechte seite eine linke seite und da können wir rein rutschen schuhgröße 46 ist hier am start na das ist wichtig dass sie die richtige schuhgröße angebt vor oder während des kaufes und dann könnt ihr loslegen so dann geht es nämlich weiter hoch das material fühlt sich wirklich sehr wertig an okay dann kommen wir oben an und haben hier schöne bänder die zu verstellen sind in der länge das ist also aufgebaut wie so eine latzhose wo wir dann oben um unsere schulter herum zwei gurte haben die wir dann auch in der länge einstellen können um dort natürlich dann die größe anzupassen im inneren bereich seht ihr dass die nähte die gezogen worden sind noch mal verstärkt sind indem sie wasserdicht abgeklebt worden sind das sind das passiert bei allen nähten damit die wasserdichtigkeit gewährleistet dann haben wir hier eine gesäßtasche beziehungsweise eine fronttasche die dann an dem an unserem vorderteil des körpers dann mit einem wasserdichten eisbeschluss zu öffnen zu schließen ist hier können wir nämlich dann utensilien arbeitsutensilien etc zwischenlagern die dann uns dort helfen können was haben wir noch wir haben hier die möglichkeit auch einen 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 gürtel einzusetzen der dann dazu dient um sie besser an unseren körper zu halten dann haben wir hier noch ein weiteres bändle dieses bändle können wir verwenden um um reserve zu leisten würde ich fast behaupten beziehungsweise es ist dehnbares bändle da können wir dieses bändle jetzt habe ich verstanden dieses bändle können wir als den als den gürtel benutzen stimmt das ist der gürtel den wir dann durch die gürtel laschen ziehen können der dann auch hier mit einem verschluss versehen ist sehr schön ganz vernünftig am start um dort aktivitäten im wasser welches so tief ist wie sage ich jetzt mal eure eure brust ne am zwerchfell ich würde sagen die höhe am zwerchfell könnt ihr bis zum zwerchfell könnt ihr mit der hose ins wasser gehen von eurem körper aus und werdet nicht nass außer es ist natürlich jetzt gerade am regnen dann kommt natürlich vom wasser von oben runter beziehungsweise wenn ganz krasser wellengang ist kommt das natürlich auch durch die durch die aufschäumende see eventuell bei euch dann hinein aber die watt hose ist sehr sinnvoll nicht nur wenn ihr fischer seid sondern auch wenn ihr angler seid oder wenn ihr einen teich in eurem garten habt damit kann man nämlich sehr gut dann in den teich steigen um diesen zu reinigen und wieder abzulassen zu belassen zu warten zu etc oder wenn ihr zum beispiel eine kanalisation müsst also in die großen kanalisation könnt ihr dort dann auch durch das abwasser mit euch bewegen ohne dass ihr unbedingt direkt alles voll habt an den beinen das ist die iei lulu watt hose für herren damen und divers ich sage vielen dank fürs zuschauen bitte abonniert mich geben mir positives feedback und bis zum nächsten mal